Dieses außergewöhnliche Tier ist echt ein Puma? Puma-Baby Izae hat seit ihrer Geburt schneeweißes Fell und blaue Augen. Und damit ist sie ziemlich besonders. Ihre Geschwister sehen nämlich ganz gewöhnlich aus. Hellbraun mit schwarzen Flecken. Weiße Pumas wie Izae, sogenannte Albinos, soll es weltweit nur viermal geben. Albino-Pumas sind also wirklich sehr selten. Deswegen besuchen gerade viele neugierige Menschen Izae in ihrem Zoo in Nicaragua. Und sie fragen sich... Und sie fragen sich...